Hi Leute, herzlich willkommen bei Tupac VR und Gaming Lady Nikki. Wir stellen euch heute ein Koop-Spiel vor. Der eine im VR-Headset, der andere am Controller. Kali and the Reaper Man. Escape from the Underworld. Viel Spaß beim Gameplay. Guck mal, wir sind wieder am Anfang. You guys made it back. Sagt er uns hier. Who am I? I'm not sure. Kids, some call me. Freebuttet. You met Michty. The Mischief. Letting go is never easy. Moving on has a prize. If you want to leave this place, maybe you can help more lost spirits, move on. There are seven more. Go and see them too. Maybe you can look here. Ah, jetzt haben wir das nächste Level freigeschaltet. Sieht so aus. Also du bist jetzt, achso, jetzt geht er noch weiter. Ah, okay. Er hat uns noch ein paar Blöcke geschenkt. Mhm. Hier aber in dem Café warst du ja schon. Ja, aber da oben nicht. Hier oben nicht, nee. Ja. Oh, komm her. Guck mal, ich hab auch einen Laserpointer. Siehst du den? Ja. Okay, dann probieren wir mal da hoch. Mal gucken, was da ist. Und los. Echt nett gemacht, das Spiel. Gefällt mir. Ja, total. Weil eigentlich ist das ja auch, dass Leute, also zwei Leute an einem PC spielen, ne? Genau, ja. Und wir nutzen das Programm Pasek, um das halt online zu machen. Genau. So, du darfst es entriegeln. Das sieht schwierig aus. So, den kann ich nehmen. Ach, den kannst du nehmen, okay. Ist hier jetzt ein Block, den ich? So ein Punkt, den ich? Guck mal, der hört auf zu leuchten, wenn ich da draufgehe. Das waren vorher aber auch nicht, ne? Na, wenn du drauf bist, kann ich den nicht nehmen. Ja, weil der hört auch sofort aus, dort zu leuchten. Hm. Okay. Hier ist eine Ampel, hat das was zu sagen? Nee, oder? Das überlege ich mir gerade auch. Kannst du das Schild hier irgendwie anklicken? Ah. Hier sind wir. Blue Blocks float in the air. Ah. Ach, den kannst du festsetzen. In der Luft. Cool. Aber der wird ja nicht mehr blau, wenn du draufstehst. Gewerkt, gewerkt nicht, dass der runterfällt. Achso, der fällt nicht runter. Okay, vor mir ist direkt so ein Vieh, ne? Hier ist, äh. Okay. Das ist voll hübsch gemacht, mit dem Gras. Hier ist auch noch eins drin. Wo ist denn hier in dem Gras? Okay, jetzt muss ich mir aber sagen, wann das Vieh kommt. Warte mal, ich muss jetzt erstmal einen Plan haben, weil hier sind noch Blöcke, die du freischalten kannst. Warte mal, so, gehst du mal darunter. Die sehen unheimlich aus, die Tiere. Ich seh, das ist komisch, den in die Luft. Ja. Ha. Das kannst du das entriegeln. Genau. Achso, so eins hatten wir auch noch nicht, ne? Den kannst du nicht, der ist grüß. Achso, du kannst vielleicht da so eine Brücke jetzt bauen, ne? Aber ich weiß nicht, ob das geht, so. Okay, müssen wir testen. Ja. Jawohl. Okay, jetzt gehe ich erstmal wieder zurück. Warte mal, warte. Was denn? Ist das schwierig mit dem Block hier, weil der so liegt, wenn du jetzt hier rüberläufst? Ne, sollte ich, sollte ich schaffen, glaube ich. Dann probier mal. Mhm. Uiuiui. Oh, das bewegt. Mhm. Okay. So, jetzt habe ich ja einiges an Blöcken hier. Wir müssen erstmal einen Plan haben, wo wir hin müssen jetzt, ne? Also müssen ganz nach oben da, ne? Was ist denn hier drin? Hier leuchtet eine Schaltung, ist hier drin oder irgendwas anderes. Hat vermutlich nichts zu sagen. Wir müssen da oben hin, genau. Ich habe jetzt mehrere Blöcke und ich würde sagen, ich platziere jetzt mal wieder hier einen in der Mitte, dass du rüber kannst. Und du gehst jetzt... Oh, plötzlich kommt. Du geh mal dahin, genau, warte. Und jetzt baue ich dir was... Hey! Ja. Wie sich's freut, das ist so süß. Ne. Ja, dann pass auf, dass das für dich nicht kriegt. Hier hinten muss ein Grün... Ich glaube, du musst auch auf den Boden legen. Ich komme nicht rein. Ja, ich komme hier hinten, ist ja noch so, aber das Last, dass das... Warte, nicht. Ne, wenn da noch ein Block, wenn da noch so ein Ding ist, dann holen wir uns das. Ist da eins? Ja. Okay. Ja, pass auf. Ach, du musst mir einen Block da hinlegen, dann kann ich da kurz drauf, wenn der kommt. Weißt du, in der Luft hängen. Warte, was macht der? Ne, bisschen rechts, weiter rechts. Daneben. So. Ne, ne, ne. Pass auf. Da, wo kein, äh, Boden ist. Einfach in der Luft hängen da. Wo der gerade war. Ein bisschen tiefer, bitte. Siehst du, wie blöd ich bin. Wenn der jetzt kommt, dann springe ich kurz hier drauf oder springe die Gang drauf. So, jetzt müssen wir gucken, wann der eine wiederkommt, ne? Der kommt jetzt. Der kommt jetzt. Ja, jetzt muss ich für mich um die Ecke gucken. Ja, der kommt jetzt um die Ecke hier vorne. Jetzt kommt er hier lang. Da ist er, da ist er. Ah, die haben eine Glocke hinten dran. Okay. Ich dachte, gerade hätten so ein Säckchen wie so. Ne, das ist ein bisschen. Der verschiebt es hier. Guck mal, jetzt gehen wir schnell hoch. Aber jetzt, jetzt schnell, ja. Ganz schnell hoch. Jawohl. Da ist noch ein Checkpoint. Okay. Es scheint aktiviert zu sein. Jetzt muss er uns da was bauen, ne? Aus. Das ist nämlich relativ hoch. Und das muss schnell gehen, weil da schwebt auch so ein Vieh rum, ne? Ne, der kommt, der kommt, der kommt. Noch einen. Du musst mir noch einen Block dahin setzen. Auf den Grünen, auf den Grünen. Oh mein Gott, lass es mal. Warte mal, ich fange nochmal neu an. Das ist... Vielleicht musst du den blauen Block so setzen, dass... Der blaue Block ist gar nicht mehr blau. Ich kann den nicht mehr greifen. Jetzt ist er wieder blau. Irgendwas hat sich verschoben. Warte mal. Bau doch, bau doch erstmal ein Ding so auf. Den blauen Block in... Ja, oder probier. Ich muss irgendwie drauf kommen, ne? Ja. Wo ist das Vieh, wo ist das Vieh? Ich weiß, es kommt jetzt. Es kommt jetzt. Okay, dann warte mal, bis der weg ist. Der ist weg. Ja, genau. Perfekt. Jetzt aber hoch mit dir. Und, heb. Father vehemently opposed the war. Das macht immer so traurig, ey. Diese Geräusche so. Wow. Das ist irgendwie total traurig. Ich frage mich, ob er mich stolz ist, ob ich auf sein Legasie leben kann. Können Sie mir helfen, ein paar Antworten an meine Trabulation zu finden? Ja, das ist traurig. Und wir müssen ihm jetzt helfen. Ich hoffe, wir können dem helfen. Bestimmt. Da hat es so gut geklappt bisher. Oh, ja. Oh, oh, oh. Oh, ein Laser. Ich sehe ein Lasergitter. Ich sehe alles. Ach du, Kass. Oh, das ist ja... Das ist das Ende von Niki und Tupac. Ey, das ist mir zu hoch. Ey, guck mal, hier kommt ja noch Feuer da hochgeschossen. Und immer wenn das Feuer kommt, ist der Block hier weg. Wow. Wow. Okay, also wir können die Laserstrahl mit den Blöcken... ...unterbrechen. ...hinter, ne, wie wir sehen. Ach so, den brauchen wir ja gar nicht. Warte mal. Ah ja, so wird der unterbrochen. Und hier oben gibt es auch so eine Dinger zu holen. Okay. Bitteschön, eine Laserbrücke. Das ist ja schon mal cool. Das ist super, ist das. Da ist ja noch ein Vogel, den du mal ansprechen kannst. Once I cried in the night, Mother had left us, and the moon started singing, lulling me to sleep. Okay, ich versuche nicht abzustürzen. Kali gibt dein Bestes, ja. Kali, geh auf den Checkpoint. Checkpoint. So, und jetzt, guck mal, was das macht. Siehst du das? Oh, ja, ja, ja. Also, wenn das gekommen ist, wieder da, dann muss ich direkt... Hör mal los, und! Und, und! Also, das hast du sehr gut gemacht, das sah richtig professionell aus. Ja, komm, Fisbon! So. Okay, hier kann ich auch drauf, ne? Das ist das gleiche Spiel. Ja. Das ist aber weg, der Block. Der geht da wieder, der geht immer da hin, wenn man... Ah ja, der Telepunkt, okay. Der ist dann wirklich kaputt. Jetzt! Lauf! Okay. So, das hat schon funktioniert. Jetzt unterbreche ich dir das Gitter. Das du hier... Bäh! Jetzt musst du dir die Brücke da irgendwie... Oh, der ist aber... Ich kann es schlecht abschätzen, gerade, ob das reicht. Das ist super, oder? So, hier kannst du runtergehen. Aber guck mal, hier sind so eine Dinger, die... Oh, die spucken Feuer. Oh, oh. Das sind wirklich kleine Gesichter, die das Feuer spucken. Oh, das ist voll cool, ey. Das muss ich mir angucken. Das ist echt süß, ne? Und da ist auch noch ein Punkt, den wir holen können, ne? Ey, lass doch diesen Punkt einfach... Lass den Punkt Punkt sein. Ja, jetzt wird... Kein Profis da machen, das machen wir jetzt nicht. Okay. Ich greife jetzt die Dinger und werde dir so diese Brücke bauen hier, ne? Und sobald die geschossen haben und am Gitter vorbei sind, stelle ich die Brücke hin und du rennst los. Aber wo rennst du hin? Ja, das Problem ist, die gehen ja weiter. Ich muss irgendwie dann wegkommen. Du rennst durch und dann kommst du irgendwann nach links. Okay, dann probiere ich das. Warte kurz. Oh je, oh je. Los, los! Schlachen! Rennen! Hui. Du hast es geschafft. Aber ich kann mir den Punkt noch holen, da. Es kommt, es kommt, es kommt. Oder? Kann ich mir den Punkt holen? Ist der in der Luft? Einen kannst du riskieren. Nee, der ist hier. Jetzt komm, 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 hol ihn dir und jetzt geh bitte rein da. Super gemacht. Es ist von zwölf. Wir müssen nochmal alles abgehen. Ja, du, hier oben sind noch drei Punkte. Aber wie willst du jetzt da hochkommen? Geh einfach rein. Ich sag erstmal Hallo zu dem Tod hier. Ja, aber geh rein da jetzt. Ja, du hast es geschafft. Hey. Ja, du hast es geschafft. Ja, du hast es geschafft. Ja.